So, ich habe eine Idee. Ja. Also, wir haben ja nie genug Zeit, das Ding von der Mitte bis da runter zu bringen. Aber was ist, wenn man... Genau. Hier, so. So müsste das doch eigentlich... Ja! Es geht. Ich bin toll. Cool, ich habe tolle Ideen. Okay, weiter geht's. Das ist gerade ein bisschen gelaget, tut mir leid. Ich wollte eigentlich noch was nachgucken. Ach, ich kann jetzt nicht. Leider. Ah, dadadada. Okay. Die Dinger hier sind für... Okay. Wofür brauchen wir diese Donnerblume? Einfach mal mitnehmen, ne? BAMS! Da ist ja noch ein Stein, den muss ich auch noch kaputt machen. Egal. Lass mir hier rein. Okay, was ist hier? Okay, ein kleiner Kerl. Dekoschild. So. Was möchtest du denn von mir? Vergib mir, lass mich... Ja, okay. Ich weiß, dass das überteuert ist, aber... Falls das mal meine Happy wieder sehr niedrig sind... Und ich habe ja genug Geld. Also... Ist das jetzt nicht schlimm gewesen? Und es ist gerade... Oh, da war ein Herzchen. Verpiss dich. Ich will nur dir ein Herzchen. Von deinem Vorgänger. Nein. So. Okay, wie komme ich da jetzt? Ah, ja, glaube ich, was will ich da hochkommen. So. Wie komme ich da hoch? Mich interess... Mich würde mal... Mich würde mal interessieren... Moment, ich muss nachdenken, Leute. Nichts für ungut. Also, wenn ich auch das... Von dem auf das da springe, geht das hoch. Okay, es geht auch gleich hoch. Also, ist das hier... Geht das hier wirklich nicht hoch? Okay. So, wofür brauche ich das hier noch? Okay, hier ist irgendeine... Stirb. Komm her, dreht dich mal um. Oh, ich bin ja so... Nein. Ich weiß, was das ist. Und... Dance! Yay! Ähm, okay. Die Genüsse. Ich packe es dir. Ist immer gut. Okay. Wir können hier hoch. Wir können hier aber nur hoch, wenn... Okay, wir müssen hier auf jeden Fall... Mhm, mhm, mhm. Ja, okay. Jetzt ist... Entschuldigung, dass ich mein... Hand gerade am Mikro hatte. Es ist nur die Frage, wie kriegen wir das hin? Weil so wird das nicht gehen. Nee. Das geht so nicht, oder doch? Geht das so? Ja, das geht. Okay. Das geht. Das ist gut. Nein, ich will keine Aufmerksamkeit. Ich will eigentlich nur... Oh, okay. Ist gut, dass ich nach oben gucke. Wieso ist das mit dem Ding? Ich will eigentlich normal nach oben gucken. Okay. Okay, so geht's weiter. Ach, Lack. FTW. Okay. Ich fahre, okay, da hoch. Da durch. Stirb. Stirb. Okay, beide tot. Geld. Okay, Tür auf. Oh, nein. Ein weiterer Dino-Kampf. Okay, der hier. Aber hier habe ich mehr Platz. Das ist praktischer. Weil... Ich hatte einfach zu wenig Platz, um zurück und zur Seite zu springen. Deswegen bin ich so doof angestellt. So. Das wär's. Komm her. Komm her. Komm her. Putt, 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 putt. Wie heißen die Viecher eigentlich? Exodorus. Setzt ihr ein Schild geschickt haben, wenn du es einmal nicht schälen? Scheiße, ob Schwertiebe. Wer braucht schon ein Schild? Und rückwärts, Alter. Was? Ich habe mich schon dreimal getroffen. Sicher? Ja? Okay. Okay, du bist tot. Und du? Komm mal her. Komm her, Schnucki. Komm her, Schnucki. Lass uns heiraten. Ich habe Babys von dir. Komm her. Putt, putt, putt. Ich stirb. Nein, die hätte ich nur zweimal getroffen. Genau. Oder habe ich den viermal getroffen? Hä? Ach, egal. Hauptsache, ihr seid tot. Okay. So. Was ist da hinten? Ist da hinten irgendwas? Ah. Nein. Okay, da hinten ist nichts. Also können wir gleich hier durch. So. Um. Ne, he, he. Das wäre jetzt auch so klar. Ach, guckt mal. Da ist ein Grabstein. Okay. 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 Wir gehen hier hingucken. Ahm. Okay. So. So macht man die. Stirb. Wo ist denn die Fledermaus? Die regt mich total auf. Die macht mich total nervös. Stirb. Stirb, habe ich gesagt. Ah. Hör auf mich nervös zu machen, alle Viecher hier. Danke. Fledermaus, hör auf mich nervös zu machen mit deinem Geflatter. Er macht mich nervös. Ich stirb. Ich stirb. Ach, viele haben mich immer so nervös. Hier ist irgendwo eine goldene Skulltilla. Wo ist die? Oh ja, super. Wie soll ich... Nein, ich sag nichts mehr dazu. Ne, ernsthaft. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich werde jeden Dungeon nochmal machen können, bis wenn ich den Moomar aus dem dritten habe. Damit ich mir die goldene Skulltilla suchen kann. Das ist doch zum Haar rausreißen. Yay. Yay. Was ist denn das hier hinten? Was ist denn das? Guck mal eine... Achso, ich dachte, das wäre eine Schwimmende Lampe. Ein Geist. Ein Ehrlicht. Heißen die Ehrlichter? Warte, wie... Navi, 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 Navi. Ein Ehrlicht, sag ich doch. Sterbe. Dussel. Ja, gletsch dich hinten durch. Na gut, das wollte ich gletschen, aber... Du kannst durch Steine gehen. Ich weiß, du bist cool. Du bist ja so evil. Bams, Bams, Bams. Bams, Bams. Da ist noch anfliegende Lampe. Yay. Komm her, bitte. So. Oh, geh weg. Ich hab keine Lust auf dich. Okay. Ich hab keine Lust auf das Vieh jetzt. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, wo ich mich um das Vieh kümmere. Bis dahin. Ciao.